Kommen nochmal 3 Euro. Na, na gut. Noch 1 Euro fast. 60 Euro, glaube ich. Nach der Stadt. 52 Euro. dagspotor. 55 Euro. 500 Euro. Vielleicht hat er ja noch mal. Oder so. Oder so. Komm, eine Ente noch. Wieder richtet sich. Schade. Ich wollte es wissen. Schade. 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 Komm, holen wir mal eine Serie raus. Schade. Schade. Ich habe hier einen Bisschen. So, die 300 hole ich raus und die 50 probiere ich gleich noch auf einem anderen Spiel. Komm einmal, weil es so schön war. Das hört man auch so selten auf der Versteckung. So, wie gesagt, die 50 probiere ich noch, mache ich mit Hotfit Liste. Ich weise mal mit 50 Cent an und steigere mich mal zu gucken, was der überhaupt machen will. Wenn überhaupt noch was kommt. Die geht nicht. Ich weise mal mit. Ich weise mal mit 50 Cent. Ich weise mal mit 50 Cent. Ich weise mal mit 50 Cent an und steigere mich mal. Und dann können wir es nach vorbeigte und steigere mich nach pouvoir. Ich möchte es, weise mal mit 50 Cent an und steigere mich. Und wir sind imuterischen Sommer, sondern wir sind im Moment der Tage. Und wir sind in der0000m im Moment. Und wir sind jetzt in derburgende定, in der Krankenhaus, die cadre ein bisschen hochschuldigst. Und jetzt sind wir zu, wenn ich ins니까 nach unten in der Lage loschef. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na gut, das war ich jetzt selber schuld Okay, die 4-7 hätte aber ruhig gehen können Ist das ärgerlich, ich dachte, er marschiert nochmal durch Endlich mal runter und dann auf 80 Cent Bin nicht immer gespannt, wo er jetzt rauskommt Oh, schön, schön nach vorne Macht euch weiter, nicht aufhören jetzt Jawoll Komm weiter, weiter Torero Jawoll Von mir aus jeden Dreh ein Oh, jetzt hört er auf Komm, da geht doch mal was Torero Jawoll Komm weiter, Torero Oh, ja Oh, ja Oh, schön Komm noch ein Torero Torero Jawoll Jawoll Torero hat's gerissen Kommt noch ein Ich lass ihn noch ein bisschen laufen, vielleicht macht er ja noch was Endlich mal der Torero Der Älter wäre endlich mal wieder eine positive Sache Oh, das wäre jetzt schön gekommen Je nachdem wie der läuft, hole ich 250 Euro raus Gucken, ob er noch irgendetwas amt holt oder macht Ja, ich bin jetzt schon mal wieder Kommt der Annex, man. So, die letzten Runden. Oh, da waren wir die Zehner. nochmal ein Zehner, komm hau doch nochmal eine Serie raus, komm, ach schade. Und? Ich glaube das war's, das reicht ja auch erstmal. So, einmal 30 Euro Gewinn als Einstieg und mal gucken was die Serie noch bringt. Mit K, jetzt bin ich mal gespannt was es noch umkommt, über 60 Cent. Und? Ach, schade. Und, wie viel haben wir noch? Danke. Komm, mach einen Vollbild-Car, wenigstens eins. Ach, schade. 61 Euro, naja gut, 30 Euro war ja der Anstieg. Auch. Ja.